Drei Männer sind tot. Sie starben in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses in Bad Vösslau in Niederösterreich. Alle drei wiesen Schussverletzungen auf. Was sich in den Räumlichkeiten abgespielt hat, ist derzeit noch mysteriös. Klar ist nur eines. Samstagnachmittag erschütterte ein lauter Knall die Stadt. Rauch drang aus einer Wohnung, die Feuerwehr rückte an. Die Florianis machten kurz darauf eine grausige Entdeckung. In der brennenden Wohnung lagen drei tote Männer. Laut Stefan Fahndler, dem Leiter des Landeskriminalamtes Niederösterreich, starben der Wohnungsbesitzer sowie zwei Männer aus dessen Freundes- bzw. Bekanntenkreises. Alle drei Todesopfer sind österreichische Staatsbürger. Der Wohnungsbesitzer ist 1946 geboren, die beiden weiteren Männer 1956 bzw. 1969. Noch in den Nachtstunden seien die Angehörigen verständigt worden, die nun zum Teil auch zu den Hintergründen befragt werden. Zu klären sei der Grund des Treffens und was passiert sein könnte. Die von der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt noch am Samstag angeordneten Obduktionen sind für Montag und Dienstag geplant. Fest steht, dass die Leichenschusswunden am Oberkörper sowie im Kopfbereich aufweisen. Sichergestellt wurden jedenfalls eine Faustfeuer sowie eine Langwaffe. Wer von den drei Männern geschossen hat und ob das überhaupt der Fall war, soll nicht zuletzt eine Untersuchung der Hände auf Schmauchspuren belegen. Weiters überprüft werden müssten die Sperrverhältnisse in der Wohnung. Auch zu diesem Thema wurden Befragungen angekündigt. Am Sonntag standen Vernehmungen von Angehörigen sowie die Spurenauswertung auf dem Plan.